Hallo meine Pokéfreunde und Pokénen zu etwas anderem Video oder so, äh, ich hab euch hier ist mein Twitter, äh, könnt ihr gerne followen, ja, das ist ein super Twitter, ich war da super tolle Sachen, ich hab hier letztens einen Tweet gemacht und zwar selber hier unter dem Twitter die cringigsten Videos im Internet läuft, ihr seht's auch gerade hier, und wir werden sie heute zusammen angucken, wahrscheinlich wird das vielleicht, vielleicht wahrscheinlich, ja, ein neues Format von mir, das ihr mir cringy Videos schickt, weil ich zur Folge selber welche suchen, äh, Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oh ja, äh, Wax hat mir gesagt, er hat mir ja was geschickt, aber irgendwie ist sein Twitter-Account irgendwie gesperrt worden, und deshalb werden wir mal sehen, was er hier so für uns hat, okay, JonTron reacts zu TrapN-Main Nummer 1, oh Gott, das kann nur gut werden, Oh lol, das ist einfach nur, oh wait, das ist einfach nur diese, so ein, irgend so ein Trap aus dem Anime, und dann zwischendurch sind einfach so JonTron, Alles klar, äh, Max, super, äh, das erste war schon mal ziemlich gut, auch wenn ich euch frag, warum ich keine Facecam an hab, oder kein Facecam dabei hab, weil, Ich bin nur, ich seh eh nur Aids aus, also warum sollte ich mich zeigen, und Relaxo hat, äh, sehr viele Videos geschickt, Wir werden mal sehen, was er so vor uns hat, oh Gott, was ist das denn hier, Oh, yeah, mh, Copyright, oh, geil, Ich, 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 liebe, Schokolade, lol, lol, Soos Hm, das kennt doch jeder, das Video, Alter Aber den Cringe habe ich bisher noch nicht wirklich gefühlt. Was ist denn da los? Kein Cringe. Ich habe euch gesagt, ihr sollt mir Cringe schicken. Wenn irgendjemand schickt mir noch Videos von mir oder Videos von denen oder so. Ja, Cringe. Lord of the Beast. Oh, das wird super. Oh, das kenne ich doch. Da fliegt das so weg, ne? I'm a lot. A wizard. Ah, das ist super. Das sind tolle Memes. Aber das war jetzt kein Cringe. Der Likes und enttäuscht mich sehr. Ich wollte den Cringe fühlen, aber ich fühle ihn nicht. Was? Worst der 10 ever. Oh, Junge. I, Bäh. Click, 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 click. What the fuck? Wo bin ich hier? Kann ich erfahren, wo ich hier bin? Okay, wir haben das erste gefunden, was so ein wenig Cringe war. Ist das letzte Video von Relaxo? Hey, bitte täubel mich nicht. Bleed. Nein, es geht doch weiter. Was ist das denn? Deleted Scenes? Nein. What the fuck? Nein. Nein. Okay. Comedio hat mir einen Disc-Track geschickt. Zumindest heißt er so. Was ist das denn hier? Ich brauche die Lyrics sofort. Lyrics. Oh, da. Super. Mal sehen, was du davon hältst. Oh. Ist das gegen dich oder was? Lieder die müßigste Tonqualität, die ich je gehört habe. Es klingt, als wenn ich wieder ein Mikro beim singen in dein Maul schlage. Was soll das für ein Beat sein, der sich anvertretend im Gottesdienst. Was ist das, Alter? Ben! Hier noch ein paar cringige Videos. Oh, da werde ich mal sehen. Lapis Lazuli. Oh, Ben! Ben! Oh, das ist so toll. Lapis Lazuli. Oh, das kenne ich. Das fand ich damals voll cool. Es ist so blaue Schafe, weiß nicht wie. Du benötigst Lazuli. Yeah, ich kenne es. Das ist super. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt kommen noch mehr Minecraft-Lieder. Kann das sein? Windows-Tier. Ben! Oh, Ben. Ist das dein Ernst? Ben! Oh, meine Stimme ist mega-Aid. Minecraft-Skins. Man! Der Song ist auch voll gut. Minecraft-Skins. Oh, ja. Minecraft-Skins. Skins. 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 Hura. Minecraft. Yeah. Minecraft-Skins. Yeah. Ich kenne die Lyrics auswendig. Ja, fragt nicht. Ich mochte das. Ben. Ben. Schickst du dir die ganze Rank-Klieder und deine Videos rein? Oder nur die Videos, wo ich auch bei dir beide da war? B-B-B-Abend bin. M-M-M-M-M-M-M. Ben, das ist so langsam wird es unlustig, Mann. Meine Pupfe, meine Rose. Ben, so langsam wird es echt wirklich, wirklich unlustig. Hä? Als ob du jetzt die ganze Zeit nur deine Videos hier reinschickst. Bruder, was ist los? W-B-B-Weber's dead. W-B-B-Is dead going to the Internet? Den I eat the bread? Den I... Alter, das sind alles nur seine Videos. Ben, ich weiß, wie es sich anfühlt, cringy zu sein. Aber du musst wissen, ich bin auch cringy. Und ich weiß es auch, wie es sich anfühlt. You need to live with it. You need to go on. Und du machst einfach noch ein alter Cringe, so wie ich. Das können doch nicht jammern. So, das ist so ein richtig scheiß Dreck-Cringe-Video. Und dann hat er seinen Top 5 Film. Ey, Ben, das Spiel war voll cool. Das Spiel, ja, das auch. Aber sein Video war voll cool. Nichts gleich da als das. Oh. Ja, leider habe ich das Bild schon gesehen. Doki Doki haben wir anscheinend. Kommt ihr jetzt? Was haben wir denn hier? Das sieht auf jeden Fall schon mal super aus. What the fuck? Nein. 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 Alter, ab 18 Jahre. So gruselig. Bruder. Gruselig als FNAF. I'll kill you. What the fuck? Ich hätte den Tweet niemals machen sollen. Nein. 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 What the fuck? Das Fenster noch auch... Nein, das ist nicht. Fuck. What the fuck? Bisher hat Mützi die Runde gewonnen. Mit den cringigsten Videos. Oh, es ist zu Ende. Hot Milk Meme. Sonic and Sonic.exe. Flipper Clip. Oh, das wird super. Hot Milk. Milch ist gift. What the fuck? Was ist das? Also, ich meine... Erstens, wo ist die Milch? Zweitens, was ist das hier? Das gehört wieder zu komischen Seiten und nicht zur cringigen Seite. Leute, ihr müsst den Unterschied erkennen. Schickt mal eure Mario Facts, man. Die DLC... Die DLC, Monika and Fortnite. Was? Nein. Oh, nein. Das ist der... Oh, das ist der Tim, der Monika im Out. Wer kennt die nicht? Ihr müsst wissen, Leute. Im Moment geht so eine Art Virus auf unseren Discord server herum. Dieser... Dieses Gif. Das... Ich glaube, ich habe den Ursprung her gefunden. Und ich bin nicht glücklich drüber. Nein. Nein. Ich bin es leider so gar nicht. Please translate for me. Avi. Hier geht es um netten Held. In diesem Systemausschuss hat Pisa einen Tweet von mir gelesen, der Boops in Held. Das Lustige. Erstens, ich wusste nicht mal, dass die Person überhaupt geantwortet hat. Zweitens, ich habe wirklich genau dann eingeschaltet, als er den Tweet gelesen hat. XD. Habe es jetzt so schlecht aufgenommen, weil ich keinen Bock hatte, die Pferde her angestellt und pennen muss. Das ist viertel elf. Man muss um 20 vor 6 aufstehen. Noll. Version in bester Qualität kommt, wenn Mike den Stream online lässt. OMG. Was? Links hat das Video gesehen? Oh, ich muss es mir angucken. Ja, ich werde auf Twitter haben wie angeschrieben. Perfekt für dich. Du magst was. Oh, nicht das. I like big girls. Oh, nicht das. Ah, the cringe is real. Please translate for me. Yeah, I remember. Ja, also, äh. Ich kann mal gucken, ob ich die Konversation noch finde. Kann ich euch das Ende zeigen, der Konversation. I like big girls. Big boobs. Hell yeah. Big ass. You bet. And most body with a big heart. Hell yeah. Perfekt für dich. Du magst doch enthält boobs so sehr. Boops. So is meme. Loot. Please translate for me. Insider. Also, you're in the stream now. Yeah. Nice. Send me a clip. Done in DM. What do you mean? This is embarrassing. The next DD. Be right back dying. Das, das war eine tolle Konversation. Findet ihr nicht? Ja. Äh. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt zeige, aber. Ja. Ich habe bei der Reserve noch ein cringiges Video. Das kann ich euch nochmal zeigen. Das habe ich nämlich auch getweetet. Ja, so fühle ich mich. Immer. Every day. Wer kennt es nicht? Joa, Leute. Vielen Dank. Oder so, dass ihr die Sachen eingesendet habt, glaube ich. Ich habe so viel bekommen. Ich habe sehr viel cringe erwartet. Hab nur das komische Sachen bekommen. Wenn dieser, wenn dieses Video draußen ist, könnt ihr wieder auf Twitter gehen. Mir auf jeden Fall ein Follower lassen, alles Liken, was ihr sie findet. Und dann könnt ihr auf meinen neuesten Tweet, wahrscheinlich oder einer der neuesten Tweet, würden sie auf jeden Fall schon finden. Da habe ich eine neue Runde gemacht mit cringigen Videos. Und dann könnt ihr dann euer cringiges Video reinsenden. Wenn das nicht macht, dann schickt ihr euch ja ab und abonniert alle. Und ansonsten, dann stellt euch eure Familie ab. Haut rein, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Ciao, Leute. Fantastisch. Loizu. Web, web ist das. What the fuck ist das, going to the Internet? Then I eat the bread. Then I go to bed. Web, web ist das. And I eat the bread. Web, web ist das. Web, web ist das. Oh, what the fuck? Web, web ist das. Kuchigang, 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 kuchigang.